Das war Wahnsinn. Alles klar, wir sehen uns dann. Na klar. Okay. Ken, du musst dieses Video von Risky Devil sehen. Oh, du kennst diese Typen? Oh ja. Komm. Habt ihr das gehört? Ken will mich als Location-Scout. Ich bin ein Huni-Gel. Nein, wie cool. Yeah. Wie fühlt sich das an? Ihr seid jetzt bei den Besten dabei. Das haben wir ihm zu verdanken. Aber auch nur, weil er uns hatte, richtig? Yeah. Ich muss wohl los. Auf Ruhm und Reichtum. Yeah. Auf Ruhm und Reichtum. Yep. Vielen Dank.